Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 Multiplayer mit Ego! Hallo Blackie! Hallo Ego! Ja, wir haben gerade einen abgefucktesten Stern gemacht und machen jetzt den nächsten abgefuckten Stern. Slide for the 8 Red Coins. Oh, warte, was war das nochmal? Ich meine nicht alle hier oben auf der Strecke. Wir machen den 100 Münzenstern nebenbei. Ach, sch... Willst du zuerst rutschen und danach rutschen hinterher und sollen wir eventuell restlichen Münzen ein? Hoffentlich. Ich nehme jetzt dafür mal das Ja, ne? Nee, wir brauchen nicht alle Münzen von der Rutsche. Okay. Wir brauchen nicht alle Münzen von der Rutsche, keine Sorge. Ähm... Ich war zu langsam, ne? Maybe, baby! Fängt mir wieder gut an. Wie war das im letzten Part? So, ich glaube, es hängt ja direkt an den letzten Part dran, weil es sieht eher nicht gut aus. Natürlich, natürlich. Du gehst in den Ding und ich hole die Münze. Okay. Guck mal, wie gut ich jetzt mache. Siehst du, ich habe meinen Job voll erfüllt. Ach, schöne Sache. Brauchst du wieder Konzentration, oder? Ja, ich brauche jetzt sehr viel Konzentration, damit wir das nicht tausendmal machen. Brauche ich jetzt einmal Konzentration. Das gibt's doch nicht! Das passiert, wenn man... Das passiert, wenn man zu langsam rutscht. Was ist denn, Geil? Ich mach mich durch die Tyran und geh wieder raus, weil ich den Bug selbst bemerke. Nicht gut, böser Ego, nicht gut. Das war Hardstyle, ich gib's zing. nicht nur von und ich wollte einfach mal jemand nein du hast schon verloren du hast keine chance gegen mich weil seine sieges coach liegt bei 98 prozent aber hey geh mal lieber abnehmen du fette weißt du wenn man durchspielte nochmals zu den pinguin geht dann ist er mega fett weil er frustfressen gemacht hat ist wirklich so das glaube ich bin ich recht nicht nein wirklich ich verarsch dich jetzt echt nicht ich bleibe mal einen emulator und dann schieb mir dann unten mal eben fix 120 sterne und dann wirklich jetzt ist es wirklich so jetzt doch alles gar weiter rutschen können aber sicher ist sicher er war ohne scheiß ein großteil der münzen ist einfach mal raus in der flora geht gar nicht das denn ja 60 münzen und du bist dabei hauptsache den stern nicht einsammeln warte kurz ich habe mir schnell die kommst du zu mir ich werde wir kommen gar nicht mit hoch und wie viel wird mir das der backt schauen wir mal ständig weiter vor immer die kamera ein bisschen ich gehe nicht mehr weiter dafür sind die teleporter packen angeblich gehen die aber ich habe mal irgendwo ähm könntest du bitte ich rutscht lass mich in ruhe es ist kalt und nass und ich moriere ich hoffe wir kriegen die 8 roten münzen noch wenn ich durchplotzen ja wenn nicht dann ist es egal dann holen wir einen anderen stern nein 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 wohin alter warte mal normalerweise kannst du doch steuern wenn du den scheiß machst was kannst du normalerweise kannst du doch den scheiß steuern wenn du das machst kannst du was wenn du so fliegst in der drehbewegung kannst du steuern von dir nicht echt nicht nötig ich bin tot ne echt jetzt ja jetzt muss ich mir zu den anderen stern für den fall ich weiß gar nicht genau wo die sind kannst du sagen wenn du willst ja das wäre gut das wollte ich gerade mit der aussage du musst mich führen bezwecken ja du musst erst mal dem schneemann vorbei der hat mich mit einem schlag wie bin ich runtergefallen ich verstehe es nicht dass wir sagen das funktioniert vom winkel her gar nicht du weißt dass diese dunklen flächen dass du da nicht rutscht ne ja ich weiß dann kannst du das schaffen wenn du das so machst dann schaffst du es nicht du musst jetzt hier auf die dunkle und dann nach links ja ich wollte erstmal ich wollte über den schmied schmiedmann springern wenn er mich in zufrieden schmiedmann mit dem aufzug da hoch links 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 mit dem aufzug da hoch aber jetzt spricht nicht die bombe an auf dem weg nicht dass du da musst du mich irgendwie wieder zurück und da musst du windböen nutzen und ich habe negative erfahrung mit windböen gemacht das ist doch geradeaus das schnee man bei dem wesen wird es möchte eine münze dann gehst du weiter um die kurve Da musst du die Münzen einsammeln, weil wir brauchen ja den 100 Münzenstern. Lass dich einfach liegen. Da musst du über diese Abgrenzung. Oben. Nein, nicht da. Da kannst du nochmal hoch... Welche meinst du? Renn einfach da geradeaus hoch. Renn einfach da hoch. Einfach da hoch rennen. Wilde Kamera, viel zu drinnen. Spring mal da rüber über diese Schneise. Genau. Nein. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Warte. Und jetzt da rechts rüber. Siehst du es? Du stellst dich aber auch an wie der erste Mensch. Lass mich in Ruhe. Wie sie sehen, springe ich. Anlauf. Ich brauche Anlauf. Der Anlauf geht bergauf. Oh Gott. Du kommst da nicht hoch, wenn du es so nicht schaffst. Ja, dann können wir die 8. Münze nicht holen. Ja. Die ist nämlich... ...da oben. Krieg ich noch 22 weitere Münzen irgendwo anders? Keine Ahnung. Kann die eben suchen. Ich glaube 22 Münzen. Ne, wenn du da nicht hochkommst, schaffst du es nicht. Du musst da links hoch, siehst du es? Ja, ich muss eigentlich mal wieder hoch. Nein, du musst einfach nur da hoch. Da musst du hoch. Diese Wand hier. Wenn du da oben bist, dann hättest du es. Wie viel müssen haben wir denn schon? Wie rot. Ich meine rote. Sechs müssten wir haben. Warte. Erst mal... Warum dreht die Scheiße? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Geh mal nach... Geh mal... Geh mal in die andere Richtung. Vielleicht geht es da noch einen zweiten Weg. Geh mal nach... Nach... Da. Da nach links. Über die Brücke? Ja, über die Brücke. Vielleicht kommst du da auch weiter. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das schickt mir mega auf den Nerven. Du hast gesagt, uh, Schnee-Level. Ich kann mich freuen, etwas hast du gleichzeitig. Da hinten musst du mit dem Long-Junk über die Brücke drüber. Oh ja. Was? Das ist ein normaler Sprung. Ja, aber... Das wird super risky. Ups. Da ist ein Long-Jump. Ja. Was ist denn wahr? Aber bei mir flamen, dass ich die Rutsche nicht schaffe. Ey, das ist ein bisschen anders. Ja, nein. Ich bin nervös. So, warte. Kamera, warum? Not even close. Aber dich tot. Ich weiß nicht, ob die zur letzten... Ne, ich glaube, das wirst du so nicht schaffen. Warte, 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 geh nochmal runter und versuch den Teleporter alleine. Das können allerdings drücken. Ich werde jetzt 100 Bruch herbeilaufen, ne? Vorsichtig. Ja, ist so. Ich habe keinen Bock, jetzt einfach runter zu segeln. Noch einen Schritt vor. Noch einen Schritt vor. Noch einen, gehe ich nicht. Geht so weit. Noch einen Schritt. Noch einen. Okay, der Teleporter geht nicht. Das ist doch kacke. Wie kommt man da wieder hoch? Okay, weißt du was? YOLO. Du gehst jetzt mal davor. Auf diese Schwebe waren doch mal. Und redest dann mal mit der Kanone. Du redest mal mit dem Bob-Bomb. Und dann soll ich mir vor hoch schießen. Also versuch mir auch. Ja, genau. Das ist zwar eine Chance von 1 zu 100, aber hey, hey, jetzt muss jetzt rechts auf die Plattform springen. Das ging wohl. Hallo. Na doch. Kann ich da mit dem Longchamp runter? Ja. Du musst mal einen Longchamp drüber. Anders wirst du. Du kannst auch Risky springen, weil hier gibt es Böen. Aber ich würde es mit einem Longchamp machen. Das war fast ein Longchamp. Blöder Penner. Oh nein, ich heule gleich. Okay, wir holen die 8 roten Münzen nicht mit dem 100 Münzenstern zusammen. Ja, bleib da mal bitte. Ich jetzt. So. Ach, du hättest doch hier, glaube ich, rüber gehen können. Ähm. Lass mich noch was testen. Ich bringe mal die Kamera ein bisschen nach rechts. Ach, rechts. Ach, links. Noch eins. Nächster. Einfach, ne? Ja, die Kanzi kann man auch nicht einstellen. Das ist mir jetzt ein Kotzen. Die Kamera ein bisschen drehen, weil so kann ich nicht hochlaufen. Pass auf, du stehst ja noch oben, ne? Jo. Das ist gut. Wir sind jetzt an zwei verschiedenen Stellen. Wenn ich jetzt nämlich hier unten die roten Münzen eingesammelt habe, dann sammelst du die restlichen oben ein und dann bin ich schon am Spot, wo man die roten Münzen dann collecten kann. Du meinst den Stern. Ja, genau. Du musst, glaube ich, oben nur noch... Ach, ne, warte. Ähm, wir können uns auch treffen. Wir können uns auch treffen. Ähm, rutsch mal deine Rutsche weiter. Oder spring einfach hier runter beim Baum. Hier. Da ist dann eh die andere rote Münze. Und die letzte ist dann... So, während du, hör mal auf zu drücken. Während du nämlich da das machst. Sie kann auch nicht schlafen. Kannst du jetzt deine theoretisch holen? Ich sehe nicht, wo ich bin. Ja, du musst er drücken. Da. Warte, jetzt muss ich. Hör auf. Hör auf. Ach, ne, ich hab nichts gedrückt. Ich konnte mein... Du hast auch er gedrückt gehalten, oder? Ich konnte meinen Charakter aber nicht analysieren. So, und jetzt musst du wieder über die Schneemannbrücke drüber und den Longchamp darüber machen. Dann haben wir den Stern. Ich muss jetzt mal die Münze hier vorne holen, die noch fehlt. Jetzt wird es gar nicht eingesammelt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Habe ich die andere erwischt beim Sprung? Aber ich habe die andere beim Sprung erwischt. Deswegen, okay. Ich dachte mir gerade... Das ist ein Scherz. Okay, ich muss das mal. Ego, was tust du? Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ego, komm schon. Ja, Blacky. Und runter. Leben, warum willst du weg von mir? Ich will dir doch nur Gutes tun. Ich will dir doch nur Gutes tun. Leben! Fick dich, Leben. Komm, mach ohne dein Leben, Clay. Kannst du die hinter der Münze schon mal holen, ne? Ja, da wird es... Lass mich die eben holen, dann haben wir die schon mal. Entschuldigung, direkt auch, ne? Ja. So, jetzt holen wir. Ja, holt sie durch. Fall der Multiplayer. Ich bin jetzt auf der anderen Karte. Ja, ganz auf der anderen Seite. Ja, ich verpiss dich. Hier ist er. Jetzt gehst du über die Brücke. Gehen wir über die Brücke, Charlie. Ich möchte nicht über die Brücke mit Charlie. Doch, mit Charlie vielleicht. Charlie ist witzig. Au. Bam, in your face. So, warte. Und hier gibt es nämlich das hier. Deswegen hätte es mal hier rüber müssen. Okay. Sind zwar noch zehn Münzen, aber zehn Münzen sind zehn Münzen. So, jetzt könntest du theoretisch unten die Dinge ansammeln. Weil du musst jetzt hier nicht drüber jumpen. So, wenn ich möchte. Du musst unten noch drei Münzen einsammeln, dann hättest du's. Du kannst den Stampfattacke machen, dann musst du dich nicht jedes Mal rausgraben. Nein, möchte ich nicht. Nee, dürften eigentlich nur zwei sein. Die in der Ecke und die vorne. Und der am Baum. So. 20 zu 8. Aber cool eingesammelt, gell? Aber ich glaub, ganz ehrlich, wir haben uns über ein bisschen aufteilen, dann hättest du das echt. Ja. Okay. Ähm, Schneemann bauen, ne? Ja, das ist sogar noch okay. Das ist ja easy. Okay. Achso, du konntest ja wahrscheinlich wieder anquacken, ne? Ja. Okay, ich bleib zurück. Ja, wenn du nicht kommst. Wie, wenn du die Kamera wieder zu dir drhst? Ja, du warst dann von Anfang an nicht da. Doch. Äh, warte. Machst du. Ja, äh. Man darf nicht runterfallen, sonst funktioniert das nicht. Okay, versuchen wir was anderes. Ich bin eh nur rum. So, ich guck mal, ob der Schneemann noch da ist. Ja, du kannst jetzt noch mal versuchen. Verdammt, dann steht's jetzt 20 zu 9. Okay, schade. Nein! Du musst runterspringen, du kannst den Stern sogar nicht holen. Wieso? Du weißt sowieso nicht, wie das geht. Oh fuck, das war gut. Ah, fuck das. Ja, okay, 20 zu 9. Ah, ah, damit schon. Ich dachte immer, das wären drei Teile, das war ja okay. Ne, das war noch nie. 3. Soll jetzt fülle ich wieder auf? Ja, jetzt kann 20 zu 9, jetzt fülle ich wieder auf. Ich brauche nur noch 41 Sternen und ich habe gewonnen. Das weißt du. Lass mich in Ruhe. Okay, wie ging das noch mal? Oh Gott. Musste man hier runterspringen? Dreh mal die Kammer nach rechts. Ne, das war nicht hier, oder? Wo waren das? Ich weiß gar nicht mehr, was das ja wirklich war. Ganz ehrlich. Ups. Ja, ich bin nicht im Schnee stecken geblieben. Ja, ich scheiße auf dein Baby. Ne, klinge, alter. Einfach reckenkling. Nein, so war das nicht gemeint. So, wir müssen uns jetzt darüber schießen. Das krieg ich hin. Ich zuerst, Arthur. Ich würde sagen, das war fast gut. Oh, fuck. Das war nicht schlecht. Ja, mein Glück können wir zerbrechen. Ja, das hätte man früher rausfinden sollen. Wobei, später in den Kursen ist es blöd, weil du immer im Raum hier startest. Ja. Aber egal, unten im Keller gibt es, glaube ich, kein einziges Level mit Kanone. Was überlegst du? Es gab hier irgendwo eine Klippe. Die konntest du runterspringen. Und wenn du da runterspringst, dann landest du direkt da, wo wir hin müssen. Müsst du theoretisch irgendwann eine Brücke gewesen sein. Ja. Dreh mal die Kamera so. Oh nein. Ich wollte das nicht boxen. Gut. Tschüss, Ego. Tschüss, Ego. Gut. Kann man drehen? Ja, bitte. Oh. Wow. Wow. Auf dem zweiten Versuch. Wobei das auch kein schwerer Schuss war, wenn man nicht unbedingt den Baum treffen muss. Das ist aber noch nicht vorbei, ne? Nee. Warte mal, das ging anders, ne? Na, fast. Scheiße. Ja gut, das ist aber viel schwerer. Nein! Ich glaube, wenn du auf dem Weg zur zweiten Wand diesen Dreipaussprung machst, dann schaffst du das auch. Das geht nicht. Kannst du nicht Dreipaussprung machen. Das ist das, Leute. Schau dir das mal an. Ich drück voll mit voller Wucht in die andere Richtung. Aber man macht so einen kurzen... Ah, gedrückt halten. Ach, gedrückt halten. Ach, gedrückt halten. Jetzt springst du weiter. Na fast, ne? Ach, das wär mit Bandit. Echt? Nein, eigentlich nicht. Ich bin verreckt, als ich eine Blume treten wollte, also. Das wär mir peinlich. Aber es ist mir zum Glück nicht passiert. Nütz. Alter, diese Steuerung. Ich komm mit dem Steuerknüppel nicht klar. Wirklich. Ich bin nicht so ein schlechter Spieler. Ich glaube, ich muss nochmal ein normales Super Mario Let's Play machen, wo ich... Moment mal. Das bringt mir nichts, weil ich nicht am Fernseher aufnehmen kann. No! Hat er keinen HDMI-Anschluss? Ja. Dann eventuell zweiten Bildschirm mal von da aufnehmen lassen? Dreh mal die Kamera bitte nach links. Das ist rechts. Danke. Links. Ey, kann ich. 21 zu 9. Ja, das ist nicht aber verdient. Ja. Ach so, danke. Danke, dass ich auch mal was verdient habe. Zollen wir jetzt noch den 100 Münzenstern und dann ficken wir dieses Level. Ja, ist so. Ähm, du bleibst oben stehen. Okay. Du bleibst oben stehen. Ich hol hier die vielen Münzen. Dann wechselst du auf die... Und gehst rein, naja. Ja. Dann krieg ich hier oben stehen. Hm. 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 Aber die Musik ist geil. Fuck, ich bin da nicht hingekommen. Der lauft auch wieder hoch, Blackie. Drück mal Start, Exit, Kurs hier, komm. Aber das... Jetzt weiß ich wieder, wo die Stelle war. Ich hab's auch gesehen, ja? Kurz mit voller runtergespalten ist. Oh Mann. Oh Mann ey. Okay, nochmal. Kannst du hier oben ja schon mal einsammeln. Ja, das ist aber die rote Münze mehr auch nicht. Wie die anderen Münzen, die spawnen. Ist so, ne? Ja, Mario, mach keine Show draus. Was soll'n' das? Was soll'n' das? Du lässt dir diese Show machen, Blackie. Du alleine. Haha, ja, ups. Ja, das kann schon sein. Und mobs' den armen Mario dafür, weißt? Okay, da kommt man nicht rüber, glaub' ich. Zumindest nicht mit der Steuerung. Was spricht mich nicht um... Weißt du nicht der, der mich vorhin angekackt hat, weil ich sie geschafft hab' da hoch? Ja, aber du bist ja auch ein Kackpun. Ach, du. Ich darf nur nicht ankacken. Das ist rechtfertig, das stimmt. Sorry, Nicole, ich darfst du immer sehen. Ja, du bist halt ein Kackpun. Sorry. Dein Gesicht ist Kackpun. Aber sowas von. Ich hab's Ego getauft. Sieht dir ähnlich. Das sind keine Münzen. Das haben wir nicht an. Okay. So, dann über die Brücke. Musst du über die Brücke, Charlie? Was? Schal. Oh. Das ist kein schwerer Sprung. Das ist kein schwerer Sprung. Das wäre auch nicht... Den kann man auch nicht bringen könnte. Das war voll geplant, übrigens. Ja, nö. Ich hab Schweiß-Permis hier hingesehen, Alter. Ja, das stimmt allerdings. Ich ertrinke meinem Schweiß. Gut. Danke für diese Information, Blackie. Oh, schön. Ich könnte jetzt unten in die Tür reingehen, dann ist alles für den Arsch. Mach das, bitte. Ja, bitte geh rein. Äh. Ich warte mal kurz bis die Kamera. Gehe da auch wieder zu mir, finde ich. Bitte bleib nicht stecken, ne? Dann hörst du dich aus. Kannst du dir einen Rückwärtshalte machen? Vielleicht kannst du die Münzen einsammeln, obwohl sie... Die spawned sind. Ob sie machen, warte. Du, 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 du. Nee. Nee, keine Münzen. So. Ähm. Willst du, oder soll ich? Probierst du zuerst, wenn ich mir das übrig bleiben lasse. Ja, ich würde jetzt den Stern holen, das weißt du. Weil ich jetzt... Ja, du willst du die E-holen, Silber war uns einig. Nein, also du hast die Wahl zuerst oder... Jolo, Ego Först. Tü-tü-tü-tü. Ich werde dich jetzt zu 99 Münzen haben. Ich werde die Münzen spawnen hier nicht alle, ne? Oh ja, stimmt. Noch viel geiler. Ich bin die Chance, dass ich sie bringen. Verleck mich doch. Ich sollte nicht eher loslassen. Kannst du mal die Kamera drehen? Nein, hab ich nicht. Du musst mir jetzt in den Raum eingehen. Jetzt hängt wieder alles an mir. Ich verkack's jetzt, das weißt du, oder? Ja. Oh, ich hasse, dass wir alle mindestens erst bauen, wenn du da bist, ne? Nicht rückwärts. Ich kann jetzt nicht springen, wenn ich den Stern hab. Doch, ich kann springen. Brauchst du noch... Nein! Ich kann ihn jetzt nicht holen, ne? Krass aus, ne? Ja, ich würd sagen, dann guckst du, dass du mal raufkommst und runterrutscht. Ach, ist das scheiß. Vielleicht funktioniert der Teleporter ja in meiner Nähe. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Da kommt man ohne Teleporter nicht hoch. Nach ganz oben. Und du bist unsichtbar auch, fuck. In dem Moment, wenn du nur mit Bugs zu kriegen hast, nur so'n Scheiß. Und jetzt hat er sich festgepackt. Oh. Wenn du stirbst, dann kann ich nicht weiterspielen. Ne. Okay. Juhu! Juhu! Wir sehen uns, wenn wir gleich wieder im Level sind und kurz vor dem 100 Münzenstern sind, weil wir hätten es ja eigentlich geschafft. Dankespiel. Arsch! Und jetzt darfst du unten den Stern einsammeln. Here we go! 22 zu 9. Und du darfst jetzt den Stern einsammeln. Wo bist du? Drück R. Ach, da unten. Erstmal, wenn du einen Scheiß Text machst, wenn du sie wegklickst. Ich find das Ziel, dass du jetzt einsammeln bist. Es gibt Minussterne, wenn man blaue einsammelt. 22 zu 8. Ne, 9. Ja, aber es gibt Minussterne, wenn du blauen einsammelst. Safe and continue! Juhu! So, meine Freunde. Und was wir in diesem Part jetzt noch machen, ist Bowser! Okay, jetzt. Wer Bowser besiegt, kriegt 10 extra Sterne, ne? Wie bitte, wer Bowser besiegt? Nein! Ja, doch. Sagt sie das auch, wenn ich ihn besiege? Nein. Da gibt es 10 bis 10 Sterne. Haha, du Arsch! Schöne Sache. Oh, die Prinzessin. Was halt hübsches Bild. Warte, warte, warte! Boah, mach so'n Scheiß! Warte, warte, warte! Ach so, willst du die 8 Roten Sterne mit deinem Summe? Ja, in die Münzen. Nein, 8 Roten Sterne. Keine Ahnung. Sternenmünzen? 8 Roten Sterne. Boah! Easy. Okay. Hey, bis jetzt schlag ich mich gar nicht schlecht. Wobei ich das zweite Bowser-Level leichter finde als das erste. Boah, ich lebe noch hier ohne Scheiß. Ja, das bindet mich natürlich nur. Aber du musst lebend hinten ankommen, sonst werde ich bei Bowser wahrscheinlich auch verpackt sein. Bei dir aber die Flammensäule gar nicht aktiv, ne? Nö. Da geht ja auch alles nicht auf mich. Warum auch? Ey, oh ne Scheiß, ich bin einfach nur ein Geist in dieser Welt. Wünzen verschwinden. Warum springst du da einfach runter? Was? Wo spring ich runter? Du bist runtergesprungen. Ne, du bist bei mir gerade unten. Wir sind asynchron, ne? Na super. Ich mach mein Level 1 zu Ende, ne? Ja, ich mach mir jetzt auch alleine weiter. Wow, das war knapp. Ich hatte... Oh nein, ich bin tot! Scheiße! Easy, ich mach das jetzt mal eben weiter. Mama Mia! Wo bist du gestorben? Ich bin bei der vierten roten Münze gestorben. Ja, bestimmt die fünfte. Das ist halt lustig dir zuzusehen. Fuck, wir sind asynchron. Wir sind wie asynchron geworden. Ey, jetzt sind wir keine logische Erklärung, aber wir sind es einfach. Verzuchtig elektrotein. Gibt's ja auch 100 Münzenstern, ja oder? Jetzt bist du von ins Level gesprungen! Ein Ding hab ich gern gemacht. Und dann kann ich hier mal schnell durchrushen. Ich werde im Schluss sowieso sterben. Also absichtlich, weil... Sonst, äh... Wir müssen das sowieso nochmal zu zweit machen. Ja, auf jeden Fall. Ich würd's nochmal... Ich würd' einmal was alleine machen. Oh, ich bin untergefragt. Ich fände weg. Oh. Bist du gestorben? Nein. Wir müssen sowieso neu machen. Deswegen mach ich in der Zwischenzeit einfach irgendwas. Dein Start war grad nicht schlecht bei mir im Level. Läuft, würd ich sagen. Ach, nein! Jetzt hab ich nie mehr zu verpacken. Oh, 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 oh. Das wird hier nicht knapper. Also doch, das wird knapper. Soweit nicht. Also, die schafften uns den kriegen leider. Und... So! Scheiße. Hast du einen Stern? Nein, noch nicht ganz. Du drückst bei mir die ganze Zeit C! Weiter! Hör auf, C zu drücken. Jetzt bin ich wegen dir runtergefallen. Ach, easy würde ich sagen. Du Arsch. Ich brauchte ja die Kamera. Ich brauchte ja die Kamera. Du machst mir die Kamera, obwohl wir asynchron sind. Ich könnte kotzen. Schöne Sache. Ach so. Ja. Hast du er gedrückt auch, Kratz? Mhm. Doch, wenn das jetzt macht. Ich brauch ja nicht. Oh, fuck it. Merkst du das überhaupt, wenn ich er drücke? Nein, weil ich bei dir tot bin. Ach so. Natürlich, merkst du es ein bisschen. Jetzt bin ich tot. Okay, dann resett ich das Ganze mal. Ja, mach das noch. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ja.